Hallo Leute, hier ist Biti, euer Bitcoin Trading Informant und hier ist euer tägliches 5 Minuten Turbo Update für Bitcoin. Wir haben heute den 4. Oktober und ab die Post. Schauen wir uns gleich mal an, was sagt uns Trading View momentan? Wir sollten kaufen. Das Tagesgeschehen kaufen. Die 4 Stunden sagen uns neutral sein. Aber die Moving Average ist nachdem ich vor auf kaufen eingestellt. Die 2 Stunden, da wird es schon ein bisschen eng, das Ganze jetzt, verkaufen und auch die Stunde ist bearish. Ja klar, momentan geht Bitcoin ein bisschen runter. Große Zeitspanne noch super, aber die kleinen Zeitspanne werden schon langsam interessant für verkaufen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist Bitcoin. Hier ist der 4 Stunden Chart. Jede Kerze hier ist 4 Stunden. Und dann seht ihr schon, wir hatten einen schönen Pump nach oben, gehen jetzt aber ein bisschen seitwärts hier runter und ein bisschen seitwärts. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Wir sind nach wie vor über unserem Ribbon Band. Das grüne Ribbon Band hier ist unser Support. Ok, alles klar, funktioniert. Wir haben noch keinen Spike auf die Support Linie gehabt. Schon gar nicht in den Support hinein, in dieses Ribbon Band. Also alles gut. Wo wir momentan richtig abkämpfen, ist unser Fibonacci, das 0.618 Fibonacci. Ihr seht hier diesen Punkt bei 48.229. Da hatten wir jetzt mehrere Versuche schon darüber auszubrechen, haben es aber nicht geschafft und sind wieder nach unten durchgebrochen. So, wir haben Support bei der 0.5, den haben wir noch nicht angetestet. Soweit so gut. 46.600 Support hält. Das sagt uns jetzt mal der 4 Stunden Chart. Was sagt uns jetzt aber auch der RSI? Sind wir momentan überkauft, überverkauft oder was geht da ab? Schauen wir mal rein. RSI ist hier bei 57 Punkten. Wir waren überkauft, sind jetzt ein bisschen runtergegangen und können jetzt im 4 Stunden Bereich eine interessante Linie ziehen. Und die wird jetzt sicher sehr interessant von hier unten nach hier oben. Das ist unser Support. Also Leute, solange wir beim RSI über dieser grünen Linie sind im 4 Stunden Bereich, ist noch alles gut. Sollten wir da nach unten ausbrechen, würde das auch bedeuten, wir sind dann im Ribbon Band und das wäre dann absolut bearish. Wir haben hier in diesem Bereich die EMA 200, die liegt bei 45.600. Ganz, ganz großer Support, sollten wir runterbrechen. 45.600, großer Support. Danach kommen natürlich unsere Fibonacci-Linien. 45.000, 43.000 und ganz da unten lauert die 40.000 hier auf uns. Okay, nach oben hin auch alles klar. Wir müssen mal die 48.229 durchbrechen, bestätigt durchbrechen, ganz wichtig. Und dann kommen wir zu 50.000 da oben. Das wäre dann das nächste Ziel. Ich habe euch ja gesagt, wir hatten hier ein großes Dreieck und bei dem Dreieck sind wir nach oben hin ausgebrochen. Jetzt können wir natürlich eins machen. Einmal hatten wir das Dreieck so in etwa und so in etwa. Und einmal hatten wir es von hier. Spielt jetzt aber gar keine Rolle. Wir sind bei dem Dreieck jetzt nach oben ausgebrochen, können auch diese Linien zeichnen. Habe ich euch in meinen letzten Videos auch schon gezeigt. Von hier oben nach hier oben ist jetzt alles nicht so hundertprozentig genau, aber das sagt uns eigentlich aus, wo liegt nach wie vor unser technischer Punkt, wo liegt unser technisches Ziel, das wir erreichen möchten. 52.000 ist das Ziel für dieses Dreieck nach oben hin, wo wir ausgebrochen sind. Das ist noch nach wie vor das technische Ziel und auch nach wie vor erreichbar. Gehen wir mal tiefer rein, gehen wir in den Stundenbereich. Schauen wir uns das Ganze hier an. Und im Stundenbereich können wir auch hier unten beim RSI schön eine Linie ziehen. Und da wird es schon langsam eng, Leute. Schaut euch die Linie an. Das hier ist unser Support. Und wir haben nicht mehr viel Platz. Das heißt, wir müssen jetzt im Stundenbereich diesen RSI beobachten, dass wir hier nicht unter die grüne Linie ausbrechen. Das wäre gar nicht mal so schön. Wir sollten da drüber bleiben. Vielleicht nochmal ranbouncen und dann eine schöne Abwärtsbewegung sehen. Achtung, wir bauen auch gleichzeitig hier diese Linie, also so ein kleines Dreieck wieder mal, hier im RSI in diesem Bereich. Und da haben wir auch gar nicht mal so viel Luft nach oben. Da ist jetzt die Frage, brechen wir dann nach oben aus oder nach unten? Geht es jetzt noch ein bisschen weiter seitwärts? Es sieht fast so aus, als ob es ein bisschen weiter seitwärts gehen könnte, Leute. Wenn wir jetzt weiter reinzoomen in den 15-Minuten-Chat und hier mal den RSI weggeben und uns die Geschichte hier mal so anschauen, dann sehen wir jetzt mal hier drinnen. Zoomen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen hoch und dann seht ihr auch schon, was ist hier eigentlich das Problem momentan? Wir haben hier bei diesem Punkt hier eine Linie, die wir zeichnen können. Das ist unser Widerstand. Da seht ihr schon diese Linie Widerstand. Da hatten wir hier einen Spike nach oben. Hier wieder der Kampf und hier wieder der Kampf. Weiter reingezoomt heißt das im 15-Minuten-Chat. Wir sind momentan am Kämpfen mit der EMA 200. Das ist noch unsere Rettung. Da sind wir noch immer drinnen, aber wir sind schon unter dem Ribbon Band. Achtung, Achtung. Um hier weiter bullish zu sein, müssten wir nach oben hin ausbrechen können und da müssen wir erst mal wieder drüber, über diesen bösen, bösen Widerstand, diese Resistance-Linie. Von unten baut sich langsam ein bisschen ein Support auf. Im 15-Minuten-Bereich ist das Ganze aber eher nicht so aussagekräftig. Deswegen zeige ich es nicht so oft, aber jetzt momentan ist es wirklich wichtig, das hier zu halten. Deswegen lade ich euch auch das Video ganz, ganz schnell hoch, Leute. Die 5 Minuten sind um. Schauen wir noch ganz schnell rein in den Stunden, ah, in den Tagesbereich, ganz, ganz schnell. Da sind wir schon im Tagesbereich. Einmal rauszoomen und dann schauen wir uns schnell die Candles an. Was sagen uns hier die Candles? Und die sagen uns momentan, ah, weiter rein, weiter rein, weiter rein. Wir hatten hier ein bearish engulfing und jetzt mal lange nichts. Also sagen uns die Candles im Tagesbereich mal momentan nichts, im 4-Stunden-Bereich, aber sagen sie uns doch einiges. Hier hatten wir einen bullish engulfing, seither nichts. Also nichts Böses, kein bearish-herami, kein engulfing. Ihr seht, auch wenn es seitlich geht, sind die nicht so gut, diese Candlestick-Battern. Wenn es aber schöne Moves gibt, hier, bullish, einkaufen, bam, da oben verkaufen, dann funktionieren sie gut. Momentan, wie gesagt, geht es seitlich, da funktionieren sie nicht so gut. Aber es ist immer wieder wichtig zu schauen, was war das letzte Signal, das war jetzt ein bullishes Signal. Müsste erst mal ein bearishes kommen, um hier einen weiteren Downtrend zu machen. Haben wir momentan aber nicht. Wir hatten hier diesen bullischen. Also Leute, auf das schauen wir jetzt mal in den nächsten Stunden. Ihr seht das Ganze natürlich auch wie immer hier bei meinem Livestream. Ich streame gleich 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Der Name ist Bitcoin Trading in Formant. Und da seht ihr das Ganze live. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Chat oder hier in die Kommentare. Vielen Dank für eure netten Kommentare. Ihr habt auch einige nette Kommentare bekommen. Freut mich sehr. Beantworte jedes. Und vielen Dank, Leute, für euren Support. Euer Biti. Euer Bitcoin Trading in Formant. Bye, Leute.